So, angekommen am Ziel. Ganz schön stürmisch. Da ist ein U-Boot. Kommst du nicht mit rein? Alle wollen in meine Kamera ran. Heute sind wir im Zoo am Meer in Bremerhaven. Der Eintritt für Erwachsene kostet 9,50 Euro für Kinder 7. Das ist ein U-Boot. Das ist ein U-Boot. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da hinten ist schon der Ausgang, aber wir shoppen nochmal eben eine Runde, weil wir nehmen immer ein Andenken mit. Es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Bis bald ihr Lieben!